Liebe Schülerinnen und Schüler im Wettbewerb Raumschiff Erde, ich freue mich riesig über eure tollen Projekte, die ein weites Spektrum umfassen. Angefangen von Blumenwiesen und Aufforstungsaktivitäten, über Vermeidung von Plastik und Einführung der Rocket Lime Limo, bis hin zu Buch-, Video- und Kunstprojekten, habt ihr richtig tolle und sehr kreative Konzepte eingereicht, die mich total überzeugt haben. Vielen lieben Dank für euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg. Ich bin neugierig auch bei Gelegenheit einmal die Raketenlimonade selbst zu probieren und an dem aufgeforsteten Bereich im Kroniker Wald bin ich sogar schon vorbeigejoggt. Ich danke auch euren Lehrerinnen und Lehrern und allen, die euch bei der Umsetzung eurer Projekte unterstützt haben. Beste Grüße, euer Astronaut Matthias. Dr Diener ist auf einem weiteren Einstieg. Dr Diener ist auf einer guten Gäuptung, die auf einer guten Gäuptung hoch und 4-Jährigen, padre Gäuptung. Dr Diener ist auf eine gute Zeit und schlag nicht zu werden. Auf einer guten Gäuptung. Dr Diener ist auf einer guten Gäuptung. Dr Diener ist auf einer guten Gäuptung. Wenn ihr Energie aus, d ostatD ist, die dich zu sein und mit einer guten Gäuptung hoch wird,